Heute ist Montag, der 19.11. Die griechischen blau-weißen Fahnen wehen wieder vor blau-weißem Himmel. Wir sind alle besserer Stimmung. Das Wetter ist deutlich besser. Gestern war wirklich übler Regen, übler Wind. Die Kollegen von der Meteorologie haben gesagt, die Kategorie tropischer Wirbelsturm wäre fast erreicht worden. Auch heute noch müssen wir damit rechnen, dass auf offener See noch ziemliche Wellen und ziemlicher Wind sein wird. Aber hier in der Bucht, im geschützten Bereich, ist es auf jeden Fall schon da richtig schön. Wir werden die Gelegenheit nutzen, jetzt in wenigen Minuten aufzubrechen in die Bucht von Kalamata. Und dort erstmals anzufangen, jetzt wirklich Karten mit unseren Great Diver aufzunehmen. Es gibt noch gerade ein paar Software-Changes, die müssen hochgeladen werden. Und sobald wir damit fertig sind, fahren wir mit unseren Booten raus aufs Meer, um die Karten zu vermissen.